Mit Atemschutz und Chemikalienanzügen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot am Donnerstag Mittag in Wedel an. In einem Freibad war Chlor ausgetreten. Die Badebucht musste für den Einsatz evakuiert werden. Rund 400 Badegäste wurden in Sicherheit gebracht. Am Nachmittag gelang es den Feuerwehrkräften den Austritt des Gases zu stoppen. Dabei wurden zwei Helfer verletzt. Die Chlorlauge dient eigentlich zur Reinigung des Badewassers. Vermutlich wurde sie durch einen technischen Defekt bei Wartungsarbeiten freigesetzt. Nach Angaben der Stadtwerke wird das Schwimmbad am Samstag wieder öffnen.